Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge. Ratchet & Clank Rift Apart. Schön, dass ihr wieder mit auf Start seid. Wie immer natürlich, Freunde, danke für euer Feedback bis hier. Äh, ja, ja. Es kommt natürlich ein bisschen komisch, wenn sie hier alleine unterwegs ist. Aber egal, Freunde, ey. Ich bin nicht allein unterwegs, denn ihr seid am Start. Was mich sehr freut. Vielen Dank dafür. Wie immer, Freunde, gerne weiterhin Feedback da lassen. Videobeschreibung abchecken für das Gewinnspiel von meinem Partner in Instagram. Und natürlich auch für meine Social-Media-Seiten und Twitch und so weiter und so fort. So, sehr gut. Hier nochmal rüber. Da nochmal rüber. Zack. Und zum Rüstungsteil. Nice. Echt cool. Ja. Müssten wir da nicht auch langsam mal... ...vieles haben, zumindestens? Was haben wir denn jetzt da bekommen? Ey, was fehlt denn überhaupt noch? Hm. Bei den Golden Bulls fehlt noch eins. Wo wir da Golden Bulls bekommen. Ja. Hier. Das haben wir zwar, aber nur durch den Vorbesteller-Boni. Da fehlen uns noch die Schuhe, glaube ich. Die müssen wir irgendwo noch finden. Sammelobjekte. Ja, okay. Gut, gut, gut. Gehen wir direkt wieder raus. Dann ist das auf jeden Fall nicht der Weg zu den... ...zu den, äh, Dingens. Zu den, äh... Wie nennt man das? Wie nennt man das hier? Nochmal die... Ach genau, Gefängniszellen. Ich überlege die ganze Zeit, ey. Weil da ist ja irgendwo der Golden Bulls. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes erstmal machen. Dann können wir ja erstmal... ...hier weiter gehen. ...hier weiter gehen. So. Nein! Oh. Oh, du Sau. Was haben wir denn hier? Bombardierer. Halte ich doch... Warum hält sie sich da nicht fest? Das war doch... Das war doch auf der Höhe der Kante. Bei manchen hält sie sich fest. Hier wieder nicht. Das ergibt sich... Also, egal. Keine Ahnung. Aus meiner Sicht ergibt das nicht viel Sinn. Aber gut. Dann müssen wir das doch anders machen. Vielleicht doch erstmal auf die andere Kiste da rauf. Von hier aus denn da rüber. Schön, Bombardierer. Schön. Ja, das ist das Büro der Aufseherin. Wir müssen mit den Plattformen näher ran und von da weiter. Sei vorsichtig. Hier geht's tief runter. Ach doch, sie hat ja Klenk... Sorry. Haben wir gerade gesagt, sie ist alleine. Das wirkt ein bisschen komisch, wenn sie den Spruch bringt. Aber da kam aber auch keine Reaktion von Klenk. Ich hab den Kleinen gar nicht wahrgenommen. Seitdem wir den wieder bei uns haben, hat er recht wenig gesagt. Ich weiß nicht, dass er dich das mit Kit getroffen hat. Meinst du, du kannst ihr je vergeben? Vielleicht solltest du das. Ich weiß nicht. Aber ich werde sie auf jeden Fall retten. Durch diese offene Zugangsluke. Oh, bitte tut mir nicht. Ich befolge nur die Befehle des Imperators. Bleib mir nur aus dem Weg. So, kurz die ganzen Sachen mitnehmen. Bevor wir dich kaputt machen. Heißkling, sehr gut. Heißkling, sehr gut. Leite Energie zum VIP-Bereichung. Ratchet ist in einer VIP-Zelle, oder? Ja. Es war dumm, von dir mich zu unterschätzen. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Querschläger, Kreiskling. Aber nicht der VIP-Bereich. Los, Bombardierer, mach mal jetzt Stufe 5. Wir warten. Jawoll. Bombenreise. Sehr gut. Ja, kommt ruhig ran. Au. Jawoll. Schicksalsklinge. Gut, was machen wir als nächstes? Ja, jetzt können wir eigentlich mal als nächstes den Verpixeln endlich machen. Ich muss aufpassen. Oh, die hat eine gute Reichweite, die Knarre. Oh. Au. Jetzt hör doch mal auf, da hinten. Dumme Sau, ey. Ey, der Querschläger. Der würde uns noch ewig begleiten, kann das sein? Der würde uns noch ewig begleiten, dumme Querschläger, ey. Wir müssen zu Ratchet und Kipp zurück, bevor es zu spät ist. Ja, wir müssen nur zuerst hier raus. Das Büro ist versiegelt. Wie kommen wir raus? Vielleicht führt das Fenster irgendwo hin. Bin doch schon unterwegs. Du brauchst dringend Nanotech. Ja. Sehr gut, dankeschön. Bist du feindlich oder bist du auf meiner Seite? Ich wollte gerade sagen, genau. Sie verlegen seine Zelle schon wieder in den Hochsicherheitstrafen. So, erstmal den Bolt. Ihre Zelle schneller einholen, bevor sie so immer in den Tiefen des Gefängnisses weggeschwärzend? Oder ein Plan C. Au. Ähm. Ich muss echt aufpassen, ey. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe. Okay, ihr seid auf meiner Seite. Gibt es noch irgendwas hier? Eigentlich nicht. Nichts superwichtiges zumindest. Mit Golden and Bolt oder sowas. Aber auf dem Planeten haben wir jetzt, glaube ich, alles, oder? Ja, haben wir eh alles jetzt. Okay. So, Supernova. Aggressor. Boah. Ho, ho, ho. Ey, der Aggressor ist so krass. Der ist so nice. Oh, wow, wow. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Vielleicht hilft uns dieser Spaltstrahler hoch auf die Plattform. Ey, wenn Querschläger jetzt noch Stufe 5 erreichen würde, das wäre ein Träumchen, ey, wenn wir das noch schaffen würden, im ganz normalen Durchspielen. Das wäre richtig geil. So, erstmal den dann wegmachen. Weil im Prinzip, erstens, man kann ja New Game Plus machen, aber man könnte ja auch einfach die ganzen Arena nochmal machen. Ist ja gar kein Problem. Aber es wäre natürlich ganz geil, das in normalen Spielen zu schaffen. Das wäre natürlich richtig geil. Also, alle Buffen werden wir nicht mehr schaffen, dafür sind wir einfach kurz vorm Ende. Aber die meisten haben wir ja schon auf Stufe 5. Das ist ganz geil. Hier nehme ich auch schon alle auf der Seite außer Aggressor und hier die Supernova. So, Sniper. Manche eigentlich auch auf der Hüfte schießen, einfach locker flockig. Null Problem. So, ihr seid alle auf meiner Seite. Genau, genau, genau. Schön die Bolts mitnehmen. Wenn wir sie überbrücken, könnten wir sie abbremsen. Du hast gesagt, das wäre die richtige Richtung. Zurück in eure Zellen oder euer Zugang zum Kraftraum ist 10 Zyklen lang geschehen. Alter! Dicken Schaden, ey. Ich bin aber auch die ganze Zeit schon kurz vorm Tod, ne? So, wir haben hier gar nichts mehr an Munition, ey. sehr gut, Jungs. Endlich! Wir holen dich hier raus. Irgendwie muss man die Zelle anhalten können. Ihr werdet der herrlichen Strafe des Imperators nicht entkommen. Meiner herrlichen Strafe! Okay. Wie kommt ihr hier raus? Ich habe alles versucht. Kriegt eine Idee? Komm schon, Kid! Sag was! Ich habe keine Ideen. Wirklich? Weil... Achtung! Revolte in der Jange! Lachjahr-Protokoll aktiviert! Oh nein! Der Raum spült sich mit Gas! Luft anhalten! Wow! Ratchet! Schnell! Schaff uns hier raus! Drück die Knöpfe und öffne die Tür! Lachjahr-Protokoll und die Abstandsituation herzübt! Oh nein! Sie... Sie regeln den... Bereich ab! Ja, Lachjahr-Protokoll kann ich was sagen. So schlimm ist es doch gar nicht. ... fällt auseinander! ... ... Oh! Sie scheint es tief zu bereuen. Und jetzt weiter! Leicht! Hui! Geil, Mann! Wir werden es nicht schaffen! Häng dich an dem Spalt! Achso! Ach, scheiße! Ich trödel hier rum, ey! Ich dachte, es wäre vorbei mit der Zeit! Da habe ich nicht drauf geachtet! Oh nein! 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 Ich habe getrödelt! Ich Idiot! Ich dachte, es wäre vorbei! Weil sie da kurz rumstanden! Ich volle Töte! Egal! Oh, geiler Rücksackspunkt! Geiler Kontrollpunkt! Sehr, sehr korrekt von den Entwicklern! Da, schnell! Wir müssen uns auf die Evakuierungsplattform katapultieren! Ich brauche Munition, ey! Warum kriege ich denn das? Ey, was ist das denn? Ach, warte mal! Ach ja, stimmt! Wenn man tot ist, kriegt man eh komplett wieder Munition! Stimmt, stimmt, stimmt! Deswegen! Alles gut, alles gut, alles gut! Äh... Querschläger nochmal probieren! Ja, komm! Aha! Ja, das war ganz geil! Hallo, darf ich schießen? Hallo! Warum kann ich nicht schießen? Ach, deswegen! Weil da noch ein Schuss durch die Gegend fliegt! Ja, aber... Ich drücke die ganze Zeit! Was ist hier los? Immer noch irgendwo? Jetzt! Jetzt ein neues! Jetzt ein neues! Jetzt geht es nicht richtig ab! Wieder! Sehr gut! Sehr gut! Das war gut! Nein, bitte tut mir nix! Sollen sie doch kommen, ey! Sollen sie doch kommen! Au! Was ne geile Reichweite mittlerweile, wa? Ja! Querschläger! Wieder ein bisschen Munition am Start! Das verschwenden wir aber nicht für die Kleinen, sondern für den Großen hier! Dann brauchen wir die Munition! Ja, ja, ja! Ist gut, Jungs! Ist gut! Ist gut! Oh! Wartet! Zack! Nice! Und jetzt... Nein, nein, nein! Verpixler rein! Sehr gut! Nice! Das hat sich gelohnt! Und Munition wieder! Querschläger! Querschläger! Sehr gut! Kommen die Missionen! Querschläger Stufe 5! Die werden wir schaffen, ey! Jetzt in diesem Kampf werde ich es noch machen! Dann haben wir es hinter uns! Sehr gut! Und jetzt die Großen hier! Jetzt die Großen hier! Komm! Spezialtransfer droht zu scheitern! Wir brauchen noch mehr Hilfe! Wie viele Soldaten haben diese... ... ... ... ... ... ... Neue Munition! Neue Munition! 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 Ich will es schaffen jetzt, ey! Ich glaube, das waren alle Gegner jetzt, wa? So, die ganzen Bolts natürlich noch mitnehmen! Gab es da Querschläger Munition? War das das? Ne, Pixel war es, wa? Mensch! Die kommen aber immer mehr Gegner, man! Ich muss... ...muss ich erstmal alle Gegner ausschalten? Wahrscheinlich schon, ne? Ich brauche Munition! Ich will jetzt den Querschläger auf Stufe 5 bringen! Querschläger, endlich! Jetzt geht's los! Die Kiste noch! Und... Jawoll! Quersprenger! Ey, perfekt! Genau mit dem letzten Gegner! Nein? Doch nicht? Kommt da hinten irgendwas? Ja! Ja! Oh, scheiße! Okay, 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 okay! Ja, Aggresso ist halt einfach zu krass! Aggressor ist so krass! Das macht so dick Schaden einfach! Acht Prozent pro Schuss, ey! Das ist schon... ...zu heftig einfach! Ey, wie viele Gegner kommen da? Geht nicht, ich muss mich bewegen! Oh, mach mal! Oho! 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 Freunde, aber ich glaube, Moment mal, sorry, mitten im Boss, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich glaube, danach kommt eine Cutscene hier. Ich wollte eigentlich kurz vor dem Boss weiter aufhören. Wir machen das auch. Beim nächsten Mal geht's weiter. Seid am Start. Genau, das wollte ich sagen. Ich bin schon ganz durcheinander, Freunde. Ist es jetzt schon das Finale? Wir müssen auf jeden Fall mindestens noch gegen Imperator kämpfen, das ist ja klar. Danke fürs Zusehen. Macht gerne weiter so mit der Unterstützung. Wir hören uns raut rein. Und tschüss.